Musik Paddy, bist du fertig? Bist du ready? I'm ready. Paddy is ready. Ich will auch sehen wie Cory. Gott, Robe. Oh mein Gott. Underwear. Oh mein Gott, ich bin im Paradies. Im Paradies. Wo sind die ins Ferien? Du siehst aus wie mein alter Schwimmlehrer. Ich bin auch gerne dein alter Schwimmlehrer. Ich will auch ein bisschen kraulen. Das ist eher Horst Schlemmer als Schwimmlehrer. Hier ist Horst Schlemmer. Das ist Finny ein bisschen gruselig. Wild, einfach wild. Ja, das stimmt. Oh. Ich passe mich gerne für dich an. Was brauchst du? Ihr wart, also du. Linnea. Sehr nackt. Wir waren nackt. Da war jetzt ne Menge los. Ach, weißt du, ne. Jemand hat schon UV. Dann nehm ich ne Temperatur. Der Geist antwortet nur alleine. Und es ist Eliza Jordan. Oh mein Gott, es ist so dunkel. Oh, danke. Ich geh direkt mal in den Keller. Mach das. Ja, wenn gehandelt wurde, hast du Pech. Da hast du Pech! Are you here? Are you here? Hä, hat hinter mir direkt die Tür zugemacht? Oder du warst das? Ach, Kuri. Das war ich jetzt nicht. Das war auch ich. Also, ne, ich hab die zugemacht. Er wollte die halt auf. Hier sind auch nur 10 Grad. Dann wird er wahrscheinlich hier unten sein. Wäre ich wundern. 10, bisschen höher. Ich hab da mal mit der, äh, die Staffel Leichen gestellt. Da hinten atmet was. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Wir glauben, der ist im Keller. Okay. Wo ist der? Er hat die Kerzen angemacht. Er hat die Tür zugemacht. Hat jemand mal Fingis hier? Ich hole, ich eile. Are you here? Where are you? Wer im Box? Wir haben EMF 4. Farbwehre? Box. Unten im Keller, oder? Ja. Oh, wow. Und da hinten atmet's die ganze Zeit. Und er hat die Tür auf und zugemacht. Hast du Fingis dabei? Die hier? Mhm. Oh ja, wir haben Fingis. Nice. Poltergeist. Das ist der Taser, den ich hier in der Hand hab. Der Taser. Der Taser-Taser. Den musst du mit G, mit G einfach auf den Boden stellen. Hier vielleicht so in die Ecke, weil der ist hier sehr aktiv. Ja, ja. Welche Ecke? Okay, ähm. EMF und Ectoplasma sind raus. Okay. Habt ihr schon irgendwas? Fingis in Box. Und der ist jetzt schon bei nur noch 5 Grad. Also es könnte gefriert werden. Oh, was macht der Bums jetzt da? Das kannst du fallen lassen. Das haben wir nicht mehr. Iiii. EMF ist raus. So, ähm. Ja, EMF ist raus. Tschüss, EMF. Wir haben nur noch 3 Grad. Okay. Warte mal. Ins Journal schreiben. Haben wir eine Friere nun? Oder was haben wir? Fingis, oder? Fingis und Box. Ja, Fingis und Box. Es ist so kurz. Es ist bei 0. Es war kurz bei 0. Dann ist es wieder hochgegangen. Oh, mein Gott. Es ist bei 0. Jetzt haben wir Atem. Haben wir? Nice. Wir haben Gefrier. Ein Ghoul. Ghoul. Was macht denn ein Ghoul? So, wir haben alle eingetragen schon. Okay, ja. Ich gehe nochmal eben hoch und dann lese ich einmal den Ghoul vor. Der Ghoul ist bekannt als ein Geist, der den Gesprächen zwischen Menschen zuhört. Die Wörter, die du wählst, sind ihm wichtig. Stärken, sie können wütend werden und jagen, wenn du fluchst. Schwächen, er wird ruhiger, wenn du nicht zu viel redest. Es auf gut Deutsch, Joghurt. Das ist ja ein Träumchen. Haben wir die Kerze schon dabei? Nee, ich hole sie. Ich habe die Kerze dabei, ja. Okay. Ich habe sie schon gefunden. Was müssen wir noch machen? Ein Foto. Haben wir denn ein Apparello? Ja, ich glaube, ich habe gerade mit. Naja, gut. Dann kannst du ja mal Magna sagen gehen, Paddy. Hehehe. Da. Da jetzt? Ja, ja. An das Bild und dann... Ja, ja. Dann den Namen vorlesen, ja? Ja, ja. So, muss ich irgendwas drücken? Nee. Okay. Achtung, ja. Zähren. Was haben sie da unten in ihrem Stutzen drin? Zähren. Bitte? Zähren. Magna. Passiert nichts? Deutlicher. Also, Magna. Magna? Magna? Irgendwie will die nicht. Magna? Okay. Okay. Hantet die? Ähm. Okay. Nee, die lacht nur. Schön. Die war auch da hinten dran. Also, wir haben alles. Das heißt, Fingersuchen. Hier ist ein Finger. Ich hab ein Finger gefunden. War der in dem Briefmuster? Nö, der lag einfach rum und hat geblinkt. Ja, ich hab noch einen Finger. Bringt man jetzt runter, ja? Ja. Genau, in die fünf Schalen. Hat sich schon jemand hier sagt, wie cool deine Sonnenbrille aussieht? Danke. Ein Traum. Echte Kompliment. Guck mal, ich hab ein Finger. Uh, 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 uh. Wir müssen das Finger suchen. Machst du dich noch mal, junge Dame, ja? Machst du dich noch mal. Pädi. Finger suchen. Ich suche. Finger. Hab ich gefunden? Hab ich gefunden? An deiner Hand. Nicht an deiner Hand. Ach so, oh. Finger von der Eliza, die hier gestorben ist. Sieht die rechte Hand? Warum auch immer die Finger hier so rumliegen. Ach, hier ist einer. Oh, hier ist Wein. Angelotti Vinyards. Der Mann hat so ne Angst, ne? Alles klar, das sind die letzten beiden dann. Hat die nur vier, oder was? Ich hab zwei gefunden. Kori hat einen gefunden. Nina hat zwei gefunden. Bereit? Bereit. Ja. Geh ausmachen? Ja. Do it. Oh mein Gott. Feuerwerk. Ja. Gab 1200. Oh, du hast eine lange Nase. Alter, Kori. Oh, das ist so gruselig, ne? Du machst mir mehr Angst als der Geist. Das ist so mein schlimmster Albtraum. Ich hab als Kind immer Albträume gehabt. Von Männern. Mit so langen Nasen. Mit so langen Nasen. Ja, wirklich. Ich hatte dann immer richtig Angst, wenn ich wach geworden bin. Das waren immer die bösen Männer in meinen Träumen. Immer so ganz lange Nasen und so langgezogene Augen. Das ist mein Albtraum. Diese Maske. Das wird das Thumbnail. Karte. Gehen wir wieder zu der anderen? Ja, das gibt nämlich mehr Geld. Ja. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Ja. Ach, das warst du. Oh, diese Nase, ne? Ja, aber guck mal, du hattest EMF 2. Was, echt? Ja, du hattest EMF 2. Nee. Doch, doch. Hat du. Ja, an deiner Nase. Ist der wieder oben? Weil hier ist jetzt nichts geworfen worden. Hier ist Licht an. Hört der Glitch wieder durch. Das ist ein Glitchgeist. Hier oben ist nämlich alles voll mit EMF 2. Ah, dann wird der wieder hier in diesem Schlafzimmer sein. Ach so, der antwortet nur, wenn man alleine ist, ne? Ja. Ich wollte mal das Bloody Mary-Gedöns ausprobieren. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Okay. Nice. Oh, Smile. Okay. Ihr bleibt doch davor stehen. Wieso? Mach mal. Stell ich mal davor. Mach mal? Ja. Ja. Und jetzt? Was sagt das? Smile. Er hat hier drüben was geworfen. Fein. Cool. EMF 3. 4. Dann ist er wohl hier, wa? Smile. Ist aber nur ein Dreier. Geht nur einmal. Verdammt. EMF 4. In der kleinen Kammer hier waren gerade vier. Bitte nicht im Babyzimmer, bitte nicht im Babyzimmer, bitte nicht im Babyzimmer. Bitte nicht im Babyzimmer. Alles klar. Ich hab die falschen Sachen mitgenommen. Boah, no. Ist nicht schlimm. Okay. What about the box? Könnt ihr mich kurz allein lassen? Where are you? Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Are you here? Where are you? Nö. Er hat Licht angemacht. Kann jemand eben gucken wegen Fingis? Nix. Nein, da ist nichts. Schade. Ist auch nur ein EMF 3, 4. Okay. Mag er vielleicht Licht nicht? Aber er hat es selber angemacht. Das wäre ziemlich dumm von ihm. Ich geh mal mit der Box da unten hin. So bringt es nichts. Ja, das ist ja hier im Flur. Okay. Einmal die Staffelei. Was ich haben müssen schade finden, ist, dass die UV-Lampe kein Licht spendet, wenn man sie abstellt. Ja, das ist ein bisschen blöd. Sicher, dass er im Flur ist, weil hier hat er gerade Action gehabt. Also im Flur war es jetzt gerade am kühlsten. Are you here? Was ist denn jetzt die Leinwand? Da drüben? Nee, hier drüben. Wobei wir ja dachten, dass er ja im Flur ist. Ja, aber der hatte da drin die Bilder nochmal bewegt. Wollt ihr einmal kurz alle rausgehen? Mhm. Was ist das? Okay. Oh mein Gott. Was passiert? Hä? Sie retten. Sie retten. Nee, ähm. Was passiert? Hier unten im Flur. Ich habe glaube ich Halos gesehen. Hier, genau vor den Jacken. Vor diesen hässlichen Jacken, äh, stand jemand. Echt? Mhm. Hier unten? Mhm. Okay, warte mal. Hier so. Wo ich bin. Ja gut, kann auch nur, ja, kann Halos sein. Also nur ein Jumpscare. Oh, in der Küche hier wurde gerade, gehen gerade die Türen auf und zu. Hä, der glitscht irgendwie durchs ganze Haus. Ja, der ist schon frech. Der weiß selber nicht, wo der ist. Der weiß selber nicht, wo der ist. Draw me a picture. I will kill you. What? Ah, er hat gemalt. Hä? Er hat gemalt. So ein Feini. Schrei aus dem Fernseher? Ja. Aber er hat keine Fingis. Er hat schon mehrfach die Lampe an und aus gemacht. Staffelei malerei, ja? Yes. Was sollst du eigentlich irgendwas? Oder? Wir sind auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall Fingis. Schmeiß dir schon wieder einen Talern rum. Wir sind bei 5 Grad. Der ist ganz schön frisch. Ich mag es. Scheiße. Okay. Wie ekelhaft hat der denn jetzt runtergezählt vor der Hand? Holy fuck. Er ist Gefrier. Okay. Aber er hat sich angekündigt vor dem Hand. Hat er gemacht. Staffelei und Gefrier. Also ESG kann es auf jeden Fall nicht sein. Dämon hatten wir noch gar nicht. Was macht denn ein Dämon? Demons sind in der Regel als ruhige, gelassene Geister bekannt. Sie haben einen schwächeren Beutetrieb als andere Gattungen. Aber wenn du es schaffst, einem Dämon zu verärgern, wird er nicht aufhören, dich zu jagen, bis er dich tötet. Wenn er beschließt, jemanden zu töten, wird er sehr schwer sein, ihn aufzuhalten. Solange du ihn nicht wütend machst, wird ein Dämon dich für gewöhnlich nicht jagen. Ach, ist das ein Süßchen. Hallo, Fisi. Hallo. Bist du tot? Ja. Oh. Oh. Wie du da liegst. Kuri? Ja? Seid ihr alle tot jetzt? Ja. Was? Warum? Nein, okay, du bist noch da. Natürlich nicht. Natürlich, sagt er. Was wär's denn mit Box? Wo sind denn die Boxen? Handtuch. Ah, bei mir im Bad liegt auch eine Unten. Haben wir nach Ektoplasma-Flecken schon geguckt? Aber das raus, ne? Hast du geguckt? Ja. Bleib mal kurz draußen, bitte. Ich bleib draußen. Er steht da. Ist ein Event. Ich schließe jetzt Box aus. ESG kann's nicht mehr sein. E-M-F-5-Wer-Mare. Wo ist denn? Was habe ich denn noch bei mir? Ich habe gar nichts mehr bei mir. Give me a sign. E-M-F-4. Vier. Okay. Gut. Hm. Vorbei? Sie hat mich gefunden. Nein. Du bist nicht tot. Stop it. Ich bin tot. Baby. Hm. Okay. 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 Stop it. Also ich habe jetzt mehrfach E-M-F-4 gehabt, aber nie E-M-F-5. Ich hatte die ganze Zeit sämtliche Türen abgesucht nach Fingerabdrücken. Ich habe nie welche gefunden. Für mich sind es Ektoplasma-Flecken. Das ist für mich ein Dämon. Und ich werde jetzt fahren. Und ich werde jetzt fahren. Und ich werde jetzt release mit einer cruise, die äuss Ich werde jetzt um zweiチ w Pause. Und ich werde jetzt mit mir gut Bauern dran. Und ich werde jetzt von der Sage.